Ich komme von den Wurzel, den Kajon, wo ich komme, in Mailand, in Peru. Und in Peru funktioniert nichts. Der Sound macht immer deine Hand. Und in der Schneer, der Kajon Schneer oder der Kajon Flamenco macht so einen Einfassort in die Hand, wo du willst, das geht automatisch. Und mit dem peruanischen Kajon, du musst richtig, richtig gesehen, die Instrumenten kennen. Ich spiele das Video vielleicht in der Aufnahme, so wie Trilogurto. Ich spiele die Tabla und dazu ist Blaksoy, mit Joy Samus, wo ich spiele. Oder mit andere Neuj-Jazz oder Moderno Jazz. Ich spiele das Video, das ist toll.